Moin moin Leute und willkommen zurück zu Tiltilt. Nein, Paladins natürlich. Wir spielen Tiltilt, die neuen Test-Map und mit mir waren ich, Jessi und Mitch. Wir sind zu dritt heute. Moinsen. Endlich mal. Ein Wunder mit wahr. Der neue Patch ist raus. Das heißt, ich spiele jetzt Kinesa. Für andere Leute den Baum. Ist ja egal. Auf jeden Fall ist das so. Der ist ja echt der neue Snipper hier auf dem Feld. Ja, Kinesa kann sich warm anziehen. Oh ja. Und Charliens. Also alle stationären langen Reichweiten-Shooter tun mir jetzt schon leid. Ist echt so. Natürlich gehe ich trotz einer Aufheilung, aber... Ich gehe auf Ausbrennen. Ah ja, ne. Vom Skill-Baum her. Also das ist. Ja, alles gut. Ich weiß. Ich finde den Namen aber auch geil. Tiltilt. Also die Map heißt ja wirklich sich aufregen. Ja, bei dir. Wie heißt die denn bei euch auf Deutsch? Tief, ne? Ja, Tief. Tief, okay. T-I-E-F. Hä? Oder? Nein. Tief, schief nach. Ach, nicht schief. Schief? Schief wie gerade? Ja, genau. Schief wie gerade. Willst du erzählen mal wieder Quatsch? Ja, Mann, die da halt. Ah, diese Mauer. Ich fahr mal direkt hoch, ey. Der hat wild zu hoch fahren. Wo fährst du hoch? Ja, da vorne ist ein Fahrstuhl. Und... Und... First Blood. Ja, gut. Verstand. Da kommen wir auch hier. Ja, und hier oben kann man sich perfekt hinstellen und den Punkt einnehmen. Und gleichzeitig alle Gegner, die kommen, auf der anderen Seite. In dem Fall hier. Vielleicht abfangen und abmauern. Ich sass hier in den Türmen rein. Das ist natürlich geil, mit einem Punkt, der oben eingeht. Achtung, geht er dir. Vorsichtig. Hab sie. Riff. Und jetzt weißt du, warum Beric so stark ist. Der kann hier schön Türme außen setzen. Hinter uns, Eevee. Ich sass einfach mal an beide Außen- und Zeitdurmen. Hier kommt der Fahrstuhl hoch. Was auch schon lustig ist, hier kannst du schön so eine Bombe runterschmeißen von Bomb King, die Grumpy Bomb zum Beispiel. So, hinter uns. Noch einer wieder. Oh, hier sind aber auch alle drei hier. Ja klar, die wissen auch alle, wo sie lang müssen. Das ist der beste Punkt auf der Map. Wenn man den kontrolliert, dann hat man die Map in der Tasche quasi. Jetzt fährt einfach mal mein... Ja! Der fährt hoch und runter, der Turm. Jo, ist das so geil, guck mal. Ja, ich seh's, aber geil. Der kämpft oben und unten. Hier nimmt schön den Punkt rein. Ich setz hier noch einer rauf. So, ich bin wieder da hoch. Oh, sorry, ist das geil, ey. Da bin ich. Ja. Ja, das ist auch geil, wenn ich da war, oder? Ja, das ist auch so ein bisschen was von Defense, diese Map, weißt du? Weil man muss halt den Punkt halten und, äh... Wo kommt der denn jetzt her? Wo kommt der denn jetzt her? Schön mitkommen. So, alle geheilt. Das ist unsere Runde, Jungs, so Mädels. Jo, aber sowas von. Achtung, da kommt jemand hoch. Ja, hab sie. Ich komm auch. War das jetzt wieder runter? Ja. Doppelkippe mein Turm. Yes! Sau geil. Ruhst, Victor. Komm, Triple. Kommt noch einer hochgefahren hier. Ich geh auch mal wieder hoch. Zack, da bin ich wieder. Ah, ja gut, der neue Baum ist hier jetzt nicht... äh... Wir kommen wieder hoch, halb live. Habt ihr ihn? Äh, wer? Die Sinn. Ach, die haben ne Heilerin? Ja, die haben ne, Jungen. Mir gar nicht aufgefallen. Da ist Sinn. Ach, ich liebe das beim Laufen zu heilen. Die kriegen einfach hier oben nicht den Bob zurück, ne? Jungen kommt hoch, Jungen kommt hoch. Oben ist ihn natürlich auch nice. Jungen ist tot. Oh, 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 oh. Ja, das wird voll schlimm. Im Dunkeln, ja. Wir haben so Angst, ne? Ja. Du hast auch Healing. Thorwald ist full live und schreit nach Healing. Schweinerei. So, ein Ausbrennen. Ich komm gar nicht zum Einkaufen. Ich hab ne 15er Strähne. Ja, ich hab ne 8er Strähne. Ich bin jetzt gerade verreckt. Das erste Mal. Ich komm hoch. Jetzt weißt du auch, warum Barrick hier so mächtig ist, ne? Ja, das find ich auch gut. Auf dieser Map. Das ist ne perfekte Barrick Map. Ja. Das macht ja echt Spaß. Hallo, Ying. Na, bist du hoch gekommen? Warum machst du das denn? Wie geil, ey. Die Web ist echt nice. Ja, allein wenn sie hochfahren, kriegen sie schon Schaden von meinem Turm. Ja. Ja. Echt geil hier. Wie sind sie denn jetzt schon wieder? Nein, ich bin gestorben! Nein, Mitch kann halt auch. Fuck! Ich auch. Tod. Tod. Ich bin immer noch auf den Punkt. Jesse ist ja. Von dann hin gezogen. Überleg ich mal, wie viele Punkte wir haben. Kommt drei Leute hoch. Kommt drei Leute hoch. Ja, ich komm gleich hoch. Nein, ich war da hoch. Damit. Guck mal, wo ich stehe. Hinter dir. Oh, das ist nice die Position. Ja, ich kann von hier aus schön alle anballern, die den. Victory. Die haben echt mal weggestockt, Leute. Die Web ist geil. Die Web ist richtig geil, ne? Oh, cool. Das war schön. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Fahrstuhl beherrscht, beherrscht die Menschen. Ja, so kann man es sagen. Ja, gut, das war nice, ne? Jetzt muss er nur noch rechts um die Wand. Einmal um dir kehren. Ah, komm. Rechts von dir. Da einfach mal ballert und jetzt die Leute alle. Ja, passt doch. Nee, da die ja. Nein, ich bin überhaupt nicht so einer, der bei Filmen immer schreit, lauf! Ich liebe sie, ich spiele Supporter, in Klammern, und äh... Jetzt kann man gar nicht mehr angeben, ob du gewonnen hast oder verloren hast. Ja. Ja, genau. Ich bin nicht bester Tank geworden? Was ist das denn? Ja, ist Torwart wahrscheinlich. Ja, Torwart stand aber auch unten die ganze Zeit. Guck mal, weil ich nicht unten stand, hat er das nicht gezählt. Also ich muss sagen, ich habe schon wieder Grafikfehler, ne? Also ich als Baum sehe total hässlich aus. Und, äh, Viktor auch. Torwart sieht normal aus. Ich hab Most Damage. Dank meiner Schirme. Sehr, sehr geil, ja. Aber ich bin als Heiler sonst Platz 2 im Schaden. Sehr gut. Jo, Leute, lustige Runde. Macht Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ich bin nicht einmal gestorben, will ich dazu sagen. Ich habe 3.000 Credits und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Sehr gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein, Leute. Ciao. 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 Ciao.